In Kapitel 34 bei der zweiten Rede, Hiopate behauptet, es lohnt sich nicht, wohlgefallen an Gott. Das heißt, Hiopate hat bis dahin ein sehr frohes, rechtschaffenes Leben geführt, aber die Folge war, dass er sehr viel leiden musste. Und deswegen ist er zu diesem Gedanken gekommen, ja, es lohnt sich nicht, dass er so froh lebt und Gott gefallen. Auf diese Aussage antwortete Elihu, Gott handelt nicht gottlos und beugt nicht das Recht. Vers 9 und 12, denn er hat gesagt, es nützt den Menschen nichts, wenn er Gottes wohlgefallen sucht. Ohne Zweifel, Gott tut niemals Unrecht und der Allmächtige beugt das Recht nicht. Sein Interesse am Menschen zeigt sich in seiner täglich wirksamen Schöpferkraft. Vers 13 bis 15 erklärten die Schöpfungsgeschichte. Und Gott ist im Gegenteil, zu Hiops Behauptung sogar der Allgerechte, Vers 16, 17 sagen, der nicht lange braucht, um jeden Menschen ins Gericht zu bringen. Eigentlich kann Gott sofort einen Menschen ins Gericht bringen und töten. Aber wie geduldig und barmärzig er ist, dass er bis dahin wartet, dass die Sünder zu Gott kommen, Busse tun und durch das Lösegeld errettet werden. Gott hört auf das Schreien der Elenden und schafft Ruhe, die niemand beeinträchtigen kann. Niemand kann von Gott Vergeltung nach eigenen, bösenischen Maßstäben fordern. Ich habe keine Unzucht begangen, ich habe sehr vielen Menschen geholfen, ich habe immer gehorcht, verschiedene eigene Gesetze oder Befriedigung des Gesetzes oder der Gebote. Das kann kein Maßstab sein für Gott, dass der Sünder gerettet werden kann oder erlöst werden kann. Sogar hatte Elihu gesagt, es wäre ein Reden nach Frevler Art. Von Kapitel 34, Vers 12 habe ich den Leitvers ausgewählt. Wir möchten den Vers 12 zusammenlesen, bitte. Ohne Zweifel, Gott tut niemals Unrecht und der Allmächtige beugt das Recht nicht. Hiob wurde ein Kläger und machte Gott zum Angeklagten und appellierte an Ungerechtigkeit, weil Gott tut kein Unrecht. Er ist gerecht und er hat die Qualifikation, die Fähigkeit, die Welt mit Vergeltung zu regieren. Wenn Gott die Vergeltung ausübt, werden die Mächtigen deshalb gerichtet, wie wir im Buch Daniel gesehen hatten, weil sie das Volk unterdrückt haben. Aber selbst wenn er sie nicht gerichtet hat, hat niemand das Recht zu sagen, dass Gott Unrecht hat. Daher ist Hiobs Behauptung, Gott sei Ungerecht, absurd. In der dritten Rede von Elihu hat er Hiobs behauptete Gerichtigkeit aus einem neuen Blickwinkel betrachtet. Die Perspektive ist, welchen Wert Hiobs Gerichtigkeit für Gott hat. Er fragte zuerst, ob Hiobs Gerichtigkeit von Gott kommt. Hältst du das für recht? Nennst du das meine Gerichtigkeit vor Gott? Die Gerichtigkeit, die Hiob beanspruchte, ist das Ergebnis der Verfolgung des moralischen Gerätes. Er hatte sieben Gründe genannt, warum er gerichtet sei und fromm sei. Diese Gerichtigkeit war eigentlich daraus gekommen, als er moralische Gesetze gehalten hatte. Elihu sagte in seiner ersten Rede, dass der Mensch Gott mit dieser Gerichtigkeit nicht zufriedenstellen könne. Es gäbe eine Gerichtigkeit durch ein Lösegeld, das Gott anerkennt und vor Gott gilt. Diese Lösegeld, Gerichtigkeit wird den Menschen von Gott gegeben. Es wird darauf hingewiesen, dass die Gerichtigkeit, die Hiob beanspruchte, nicht die Gerichtigkeit ist, die Gott wiederhergestellt hat. In der dritten Rede, Hiob beklagte zuvor, dass es ihm nicht gut tun würde, das zu tun, was rechthaftem war. Elihu weist auf eine solche Behauptung hin. Welchen Schaden hat er für Gott, wenn der Mensch sündigt? Und welchen Gewinn hat er, wenn er gerecht ist? Unabhängig davon, ob Hiob gerecht war oder nicht, das schadet Gott nicht. Gott wird durch Hiob zu sündigen, nicht in seiner Existenz oder Souveränität angegriffen. Gott ist der Lenker und der Herrscher. Es erklärt den Aspekt, dass Menschen nicht in der Lage sind, Gott zu zwingen, Gerechtigkeit zu bellen oder Böses zu bestrafen. Das sehen wir auch in Genesis 15, dass Abraham gefordert hatte, ich habe so gekämpft, ich habe geglaubt, was gibst du mir? Und Gott hatte ihm die Verheißung gegeben und Abraham hatte daran geglaubt, da hatte Gott ihm gerecht gesprochen. Und deswegen können die Menschen Gott nicht fordern oder zwingen, gemäß meinen Maßstab, gemäß meiner Gerechtigkeit, gemäß meinen Gehorsam etwas zu bellen. Ein Schrei, der nicht den wahren Gott um Hilfe bietet, ist vergeblich. Sie suchen Gott nicht, weil sie die Existenz Gottes nicht anerkennen und nicht glauben, dass Gott ihre Probleme lösen kann. Gott hört die Kirche, die Eitel schreien nicht und sieht die Kirche Menschen nicht. Deshalb wird das Gericht hinausgezögert, obwohl der böse Herrscher die Menschen unterdrückt, weil die Menschen, die beten und sich auf Gott verlassen müssen, konnten nicht suchen. Ein Beispiel ist das Buch Daniel. Bei der dritten Rede habe ich in den Leitvers 14 gewählt. Nun gar, wenn du sprichst, du könntest ihn nicht sehen. Der Rechtsstreit liegt ihm vor, Haare nur seiner. Die Kernbotschaft. Die Gerechtigkeit, die als das Ergebnis der Verfolgung des moralischen Gerechtes kann Gott nicht gefallen. Die Gerechtigkeit, durch das Lösegeld wird von Gott anerkannt, es gäbe eine Gerechtigkeit, durch ein Lösegeld, das Gott anerkennt. Unseren eigenen Mangel an Gerechtigkeit inmitten des Leidens zu erkennen, ist wichtig. Und seinen Ratschluss nicht zu kritisieren. Inmitten des Leidens können wir nach Gott suchen und seinen Willen suchen. Bei der vierten Rede hatte Elihu gesagt, dass er von weit seine Rechtfertigung kommt auf der Seite Gottes. Von weit bedeutet, sein Wissen kommt von Gott. Die Quelle der Gerechtigkeit ist Gott. Gottes Schüchtigen, dessen Handeln hatte immer ein gutes Ziel. Gemäß Kapitel 36, 5 bis 11, umkehrt zu ihm und Gott schüchtigt auch die Gerechtigkeit. Elihu betreibt nicht die vernichtende Ursachenforschung, warum er leidet, sondern Futsch. Gottes Ratschluss inmitten des Leidens sollte Hiob wahrhaftig erkennen, indem er die Warnung zuhören und sein Ohr dafür öffnet. Das ist ein wesentlicher Fortschritt im Nachdenken über eigenes Leid. Wenn wir Leiden oder Schmerzen oder Verfolgung oder Verlöhmung erfahren. Dabei können wir kennenlernen, was der Ratschluss Gottes ist. Elihu beschreibt die Folge des Ungehorsams, wie wir ein bisschen den Tod erfahren, kreislichen Tod, schon in der Jugend. Elihu wollte damit sagen, Gott will die Elenden von ihrem Leiden erretten, sein Ziel wissen lassen. Gott will ihn durch Leiden seine Zünde erkennen lassen. Wie Johannes 3, 16 sagt, will Gott nicht die Menschen verloren gehen lassen, sondern sie erretten durch Jesus Christus. Elihu's Aussage im Kapitel 36 ist, Gottes Gericht bleibt bei Hiob, wenn er wie ein Frebbler weiterhandelt. Hiob leidet, dennoch gehorcht er nicht und tut keine Buße nach der Aussage von Elihu. Er soll über den Tron Gottes nicht ärgerlich sein, wenn er solchen Leiden tragen müsse. Sein Lösegeld kann ihn verleiten. Ein Mensch, der sich selbst für gerecht hält, wenn er, wenn auch er, so viel Lösegeld bringen würde, dadurch wird er errettet. Sein Schrei kann auch ihn nicht befreien. Das war die ernsthafte Aussage von Elihu an Hiob. Er darf nicht sich selbst umbringen, weil Hiob Kapitel 57 eigentlich sich gewünscht hätte, dass sein Leib nicht mehr in dieser Welt bleibt. Das heißt, er will eigentlich sich selbst umbringen oder schon tot sein. Hiob fällt um Unrecht lieber als Elend. Hiob sollte leiden, er dulden, statt zu mohren und an die Gerechtigkeit Gottes zu zweifeln. Hiob und seine drei Freunde dachten, dass Gott wirken müsse, damit die Vergeltung in der Welt als Ergebnis erfüllt würde. Elihu erklärte jedoch, dass die Vergeltung durch die Welt regiert, kein Ergebnis, sondern ein Mittel für einen Zweck ist. Wie gesagt, dadurch zeigt Gott seine Liebe und seine Allmacht und seinen Ratschluss. Leitvers habe ich in dem Vers 15 gewählt, aber den Elenden wird er durch sein Elende retten und ihm das Ohr öffnen durch Triebsal. Es gibt den Grund, warum wir uns durch Triebsal schüchtern. Es gibt das klare Ziel, Gott zu fürchten und ein gottgefälliges Leben zu führen. Er richtet die Gottlosen gerecht und zahlt das Unrecht der leidenden Zürich. Wir dürfen uns am Tag der Not oder inmitten der Leiden prüfen, was sie tun, demütig zu ihm kommen zu beten und während des Leidens Gottes Ratschluss suchen. Hier wird die Stimme hören, Gott donat und tut große Dinge. Durch Sturm oder Kälte oder Eis zahlt Gott seine Souveränität. Weißt du, kommt er wiederholt in der Rede, in der vierten Rede von Elieho, damit hier die Einrichtung bekommen kann. Dadurch sollte Hiob anerkennen, dass Gott allmächtig ist und dass die Menschen begrenzt sind. Den Leitvers habe ich 15 gewählt. Weißt du, wie Gott ihnen Weisung gibt und wie er das Licht aus seinen Wolken hervorbrechen lässt. Die Kernbotschaft ist, Gott ist allmächtig und regiert alle Dinge in der Natur und ihre Phänomene. Diese vierte Rede hat Hiob geholfen, später mit Gott, beim Gespräch mit Gott, sein Wort zu hören und Gottes Souveränität und seine Allmacht durch die Schöpfung zu erkennen. Wir können den allmächtigen Gott nicht erreichen. Daher sollten wir Gott in dem Mut fürchten. Es gibt zwei Arten der Gerechtigkeit. Wie gesagt, die Gerechtigkeit, die der Natur und Menschen versteht. Normale Menschen denken, die Gerechtigkeit ist, wenn wir moralisch Gesetze befriedigen würden. Aber was die Bibel sagt, ist diese Gerechtigkeit durch das Lügegeld? Das ist die Grundlage der Erlösung. Und dazwischen fragt man Wiedergeburt. Durch die Wiedergeburt erlangt man die Gerechtigkeit Gottes. Was bedeutete diese Leiden? Drei Freunde dachten, das war Strafe Gottes und Buse ist die Lösung. Hier, er wollte lieber sterben. Elihu sagt, das ist eine Schichtigung und Erziehung. Das Leiden bedeutet den Ratschluss Gottes oder aus der menschlichen Unvollkommenheit das zu erkennen. Hiobsnöte, Konflikte und der daraus resultierende Schrei für sein Leiden, die wir auch erleben, nicht als Leiden, sondern als den Ratschluss Gottes betrachten. Wir haben durch das Buch Daniel kennengelernt, in der Bedrängnisse, was die Heiligen tun sollten. Sie sollen den Ratschluss Gottes erkennen. Die zweite, die Leute, die den Menschen zugefügt sind, haben den Zweck, sie aufzuklären und zurückzuweisen. Dies liegt an Gottes Ratschluss, welchen der Menschen nicht ergründen kann, der wahren Glauben aus den Menschen zieht und die Arroganten richtet. Kommen wir zum Fazit, die Rede Elihus zeigt, dass die Menschen die Gerichtigkeit Gottes verloren haben und dass Gott daran arbeitet, sie wiederherzustellen. Gott gewährt den Menschen die Gerichtigkeit durch das Lösegeld, um die Menschen zu retten und die zerbrochene Beziehung wiederherzustellen. Alle Menschen wie Hiob wissen nicht, dass sie ihre Rechenschaftenheit verloren haben. Daher müssen bei der Errettung der Menschen zwei Dinge vorausgehen. Einer besteht darin, zuzugeben, dass der Mensch von sich aus nicht gerecht ist und der andere besteht darin, die Gerechtigkeit durch das Lösegeld anzunehmen. Leiden dient dazu, den Ratschloss Gottes zu erkennen und ihm zu geräuschen. Ich habe früher sehr viel mein Leben gemäß der Theorie Ursache, Wirkung, Theorie betrachtet, aber durch Gottes Gnade ohne Verdienst durch Jesus kürzes Tod und sein Leiden durfte ich durch das Erlösegeld die Gerichtigkeit Gottes empfangen. Ich habe über meine Gedächtigkeit, Selbstgerechtigkeit, Hochmut und Überheblichkeit Buse getan und meine leistungsorientierte Gedanken vor Eingenommenheit und durfte ich gemäß Johannes 3, 16, Markus 6, 37, und Genesis 15, 5 und 6, mich an die Gnade Gottes erinnern und nun Gottes Vortaten an meinem Leben weitergeben. Durch hier kleine oder große Leiden habe ich auch gelernt, dass Gott mich schüttigt und seine Ratschlüsse erfüllt bei unseren Kindern oder bei unserem Junger Erziehungswerk. Wir müssen die beiden Leitferse zusammenlesen. Kapitel 30, 31, Kapitel 33 und Vers 24. Bitte. Aber wird man nicht die Hand aufstrecken, unter Trümmern und nicht schreien in der Not. So wird er ihm gnädig sein und sagen, er löse ihn, dass er nicht hinunterfahre zu den Toten, denn ich habe ein Lösegeld gefunden. Gott und so es Untertitelung des ZDF, 2020